Verwirkt Ihr Putzschrank ein schmutziges Geheimnis? All diese Staubsauger, Wischmops und Reinigungsmittel sollen Ihnen das Leben erleichtern. Aber sie machen die Reinigung nur komplizierter. Das ist alles Vergangenheit. Wir präsentieren Ihnen die brandneue Invictus X8 Staubsauger-Serie von Genius. Mit der stärksten Saugleistung aller Invictus Staubsauger und einer noch längeren Akkulaufzeit für grenzenlose, kabellose Reinigungsleistung und das vielseitigste brandneue Zubehör, um praktisch alles zu reinigen, drinnen oder draußen. Er ist unglaublich, er ist brillant. Sind Sie auf der Suche nach der neuesten Technologie? Dann ist dieser Staubsauger das Richtige. Wenn es um Leistung geht, hat der X8 sie. Mit zwei Haustieren zu Hause habe ich das Gefühl, dass ich beim Putzen den Staub und die Hundehaare aufnehme und so auch die Luft reinige. Die Technologie ist erstaunlich. So einen Staubsauger habe ich noch nie gesehen. Die Akkulaufzeit ist unglaublich. Ich kann mein ganzes Haus reinigen, ohne zu stoppen. Ich liebe den 360-Grad-Aufsatz. Ich kann rückwärts, vorwärts und im Kreis putzen. Er ist erstaunlich. Ich liebe es, dass er kabellos ist. So kann ich von Raum zu Raum gehen, ohne anzuhalten. Ich habe noch nie einen Staubsauger mit so vielen Aufsätzen gesehen. Der X8 ist unglaublich. Das ist professionelle Reinigungskraft direkt bei Ihnen zu Hause. Mit allem Zubehör, das Sie jemals brauchen werden. Für das sauberste Zuhause, das Sie je gesehen haben. Der Invictus X8 und X8 Pro von Genius Wir alle lieben das Gefühl von einem sauberen Haus. Aber wir müssen hart arbeiten, um es so zu halten. Denn die Reinigung hat nie ein Ende. Ständig schleppt man die schweren Staubsauger die Treppe rauf und runter, zieht die Kabel raus und steckt sie wieder ein. Schmutzige Mops, stinkende Lappen, Reinigungsgeräte, die nicht an hochgelegene Stellen gelangen. Oder das Auswechseln von staubigen Beuteln und das Entleeren von Bodenstaubsaugern. Nun nicht mehr! Jetzt gibt es eine komplette Reinigungslösung. Die Invictus X8 Serie von Genius Mit der Invictus X8 Serie bekommen Sie wirklich alles, was Sie wollen. Und noch viel mehr! Der X8 Pro wurde noch besser und ist der leistungsstärkste Invictus Staubsauger, den Genius je hergestellt hat. Mit 400 Watt purer Saugleistung und unglaublichen 100.000 Bürstenumdrehungen pro Minute gibt es nichts, was den X8 Pro in Sachen Saugkraft und Leistung übertreffen könnte. Das ist die brandneue 360-Grad-Bürste. Sie hat zwei motorisierte Ultrasoft-Bürstenrollen mit einem drehbaren Schwenkkopf, der so flexibel ist, dass Sie vorwärts, rückwärts, von links nach rechts reinigen und Ihnen jede beliebige Richtung drehen können. Es gibt keine Unordnung, die er nicht bewältigen könnte. Das ist wirklich der Höhepunkt der Leistung und der außergewöhnlichste Staubsauger der Welt, den nur Genius liefern kann. Der X8 Pro hat die allerneueste Technologie. Mit dem eingebauten, smarten Sensor, der wirklich jede Oberfläche und die größten Staubverschmutzungen erkennt und Ihnen sofort die Leistung liefert, die Sie brauchen, zum Aufsaugen von jeglichem Schmutz. Andere Staubsauger können sich verfangen und ihre Teppiche einsaugen, wenn sie von einer Oberfläche zur anderen wechseln. Mit der variablen Saugleistung des Invictus X8 kann das nicht passieren. Sie wechseln also von harten Oberflächen direkt zu Teppichen und Läufern, ohne anzuhalten. Staubsaugen war noch nie so einfach. Oder Sie drücken einfach auf das Display, um die gewünschte Saugstärke einzustellen. Niedrig für leichte Verschmutzungen, Mittel für größere Verschmutzungen und Boost-Modus für die größten Verschmutzungen. Manche Staubsauger sind zu sperrig, um unter Möbel zu gelangen. Der Invictus hat die erstaunliche Elektrobürste, mit der Sie jeden Schmutz erwischen und tief unter schwerem Möbel gelangen, ohne sie zu bewegen. Und mit vier eingebauten, ultrahellen LED-Lichtern finden Sie selbst an dunklen Orten all die Verschmutzungen und Staubmäuse, die sich dort versteckt haben. Das ist der neue Elektro-Wischmob-Aufsatz, mit dem Sie alle harten Oberflächen saugen und schrubben können. Sie erledigen also zwei Aufgaben auf einmal. So sind Sie in der Hälfte der Zeit fertig. Haustierschmutz? Nur ein Wischen. Das spart Zeit und Energie. Staub und Wollmäuse? Sie müssen nicht erst Staubsaugen und dann wischen. Mit dem X8 können Sie alles auf einmal erledigen. Und dann war es noch nie so einfach, die Unordnung der Kinder zu beseitigen. Staubsaugen und schrubben und die Böden wirklich polieren. Denken Sie darüber nach. Ihre Holzböden, Ihre Fliesen, Ihr Linoleum oder Laminat werden sauber in Sekundenschnelle mit dem brandneuen Invictus X8. Ich nutze den Invictus überall in meinem Haus. Die Aufsätze lassen sich leicht auswechseln und die zwei Akkus sind so zeitsparend, dass ich einen aufladen kann, während ich den anderen nutze. So habe ich immer Power, wenn ich sie brauche. Was ich daran liebe, ist, dass er kabellos ist, sodass man ihn buchstäblich einschalten und loslegen kann. Der Invictus X8 Pro ist der leistungsstärkste und vielseitigste Staubsauger, den ich je benutzt habe. Wenn Sie über Vielseitigkeit sprechen wollen, wir fangen gerade erst an. Nur ein Klick, jetzt haben Sie einen leistungsstarken Handstaubsauger, der die Konkurrenz in jeder Hinsicht in den Schatten stellt. Viele Handstaubsauger sind einfach zu schwach für die Beseitigung von Alltagsschmutz. Und sie passen nicht in enge Stellen, wo man sie braucht. Sie erhalten außerdem den längsten und leistungsstärksten Akku, den Genius je hergestellt hat. Jetzt können Sie Ihr ganzes Haus mit nur einer Akkuladung reinigen. Und das bei einer Laufzeit von fast einer Stunde. Sie haben richtig gehört, eine Stunde. Das ist noch nie dagewesen bei einem kabellosen Staubsauger. Und noch besser, Sie können den Zusatzakku auswechseln für bis zu zwei Stunden Reinigungsleistung. Er ist so leicht und einfach zu benutzen, dass man ihn überall mit hinnehmen kann. Er ist perfekt, um schnelle Verschmutzungen im Kinderzimmer zu beseitigen. Egal, ob Sie unten oder oben sind, mit dem X8 fällt es Ihnen leicht. Der X8 ist ein Lebensretter für unsere Familie. Wir haben ein hektisches Leben. Mit zwei Kindern ist immer viel los. Und wir könnten ohne den X8 nicht leben. Ich habe noch nie einen solchen Staubsauger mit diesem Maß an Technologie gesehen. Er ist unglaublich. Er ist brillant. Unsere ganze Familie liebt diesen Staubsauger. Ich liebe ihn. Meine Kinder lieben ihn. Mein Mann liebt ihn. Er ist ein Gewinn für die ganze Familie. Geht es um den unordentlichsten Raum in meinem Haus, ist die Küche der Ort, wo der X8 richtig glänzt. Sie erhalten die brandneue beleuchtete Fugendüse. Damit kommen Sie an alle schwer zugänglichen Stellen. Und sogar an alle dunklen Stellen wie die Schublade. Und Jenny, die Fugendüse ist perfekt, um die Knöpfe am Herd zu reinigen. Schau dir das an. Ein Kinderspiel. Und was ich wirklich toll finde, der X8 ist so vielseitig. Mit nur einem Knopfdruck kann ich die 2-in-1 Kombibürste für empfindlichere Oberflächen aufsetzen. Außerdem können Sie die Bürste auch einfach verstellen. Für Kinder oder für unordentliche Leute wie mich, die alles auf der Arbeitsplatte verschütten. Sauber. Voila. Und wenn Sie fertig sind, müssen Sie den Dreck nie wieder anfassen. Denn mit nur einem Knopfdruck entleeren Sie ihn direkt in den Mülleimer und Ihre Hände bleiben sauber. Um schwer zu erreichende Stellen zu reinigen, musste man auf gefährliche Trittleitern klettern. Das kennt ihr doch alle. Aber mit dem Invictus X8 müssen Sie nur das Saugrohr aufstecken, um Ihre Reichweite zu erweitern. Ein Kinderspiel. Es gibt keine Leitern mehr, denn der X8 macht die Reinigung einfach und sicher. Wir lieben unsere Haustiere, aber sie hinterlassen überall Haare. Deshalb brauchen Sie die Mini-Elektrobürste mit einer motorisierten Bürstenrolle, die festsitzende Tierhaare auf allen Stoffen, Polstern, Teppichen und Betten auffängt und entfernt. Nun, jetzt verwöhnen Sie Ihre pelzigen Freunde und bürsten sie gründlich mit der brandneuen Tierhaarbürste. Der eingebaute Kamm beruhigt Sie, pflegt das Fell, entfernt alle überschüssigen Haare und fängt diese direkt im Staubbehälter ein. Wenn die Reinigung erledigt ist, stellen Sie den Invictus X8 einfach zurück in die Aufbewahrungsstation. Oder Sie hängen ihn an die praktische Wandhalterung, damit Ihr X8 immer bereit ist für das nächste Chaos, wenn Sie ihn brauchen. Wenn Sie einen neuen Staubsauger kaufen, was wollen Sie? Sie wollen Saugleistung! Und der X8 hat all die Power, die Sie brauchen. Wir werden es Ihnen beweisen. Jetzt gleich! Heute haben wir unser Test-Team all diesen Sand in diesen Container schichten lassen, was einem Gesamtgewicht von 70 Kilo entspricht. Jetzt schließen wir den X8 Pro an diese Vakuumröhre an. Halten wir ihn ein und sehen uns die Leistung an. Okay, kann der X8 die Luft aus dieser Kammer saugen und das alles anheben? Sehen Sie sich das an! Der X8 Pro hebt tatsächlich 70 Kilo Gewicht, als wäre es nichts toll. Ja, das ist erstaunlich! Sehen Sie sich das an! Stellen Sie sich bloß mal vor, wie schnell er mit dieser Saugkraft alle Verschmutzungen in Ihrem Haus aufnimmt. Höchste Zeit, den Invictus X8 Pro jetzt zu bestellen! Wir präsentieren Ihnen die brandneue Invictus X8 Staubsauger-Serie von Genius mit der stärksten Saugleistung aller Invictus Staubsauger und einer noch längeren Akkulaufzeit für grenzenlose, kabellose Reinigungsleistung und das vielseitigste brandneue Zubehör, um praktisch alles zu reinigen, drinnen oder draußen. Der Invictus X8 ist jetzt mit einer intelligenten Sensortechnologie ausgestattet, die den Grad der Staub- und Schmutzbelastung erkennt und sofort die perfekte Saugleistung liefert. Sparen Sie Zeit und Energie und hinterlassen Sie keine Unordnung. Sie erhalten brandneues Zubehör, wie die motorisierte 360-Grad-Hartboden-Elektrobürste, die sich in alle Richtungen drehen und schwenken lässt, um mühelos Schmutz auf harten Oberflächen aufzunehmen. Verschwenden Sie keine Zeit mit Staubsaugen und Wischen, wenn Sie mit dem brandneuen motorisierten Elektro-Wischmob gleichzeitig saugen und wischen können. Die neue motorisierte Mini-Elektrobürste entfernt in sekundenschnelle Tierhaare von allen Stoffen, Böden und Möbeln. Der X8 Pro bietet Ihnen 30% mehr Saugkraft als bisher und einen unglaublichen 400-Watt-Digitalmotor, der stark genug ist, um auch die größten Verschmutzungen zu beseitigen. Und der leicht austauschbare Lithium-Ionen-Akku mit verlängerter Lebensdauer hält mit einer einzigen Ladung bis zu 60 Minuten. Andere Staubsauger schieben den Dreck einfach über den Boden, aber nicht der Invictus. Andere Staubsauger fangen die Haare ein und rollen sie um die Walzen herum, sodass sie sich verheddern, aber nicht der Invictus. Andere Staubsauger lassen Schmutz zurück, aber der Invictus hat die Saugkraft, um alles in einem Durchgang zu reinigen. Andere Staubsauger können den Schmutz nur aus einer Richtung aufnehmen, aber die Invictus 360-Grad-Elektrobürste reinigt in jeder Richtung für eine schnelle und mühelose Reinigung. Der Invictus X8 verfügt über ein verbessertes Luftfiltersystem mit einem dreistufigen HEPA-Filter, der 99,97% der Staub, Pollen und Allergene auffängt. Und wenn Sie fertig sind, entleeren Sie den Behälter mit nur einem Klick, sodass Sie den Dreck nicht anfassen müssen. Und jetzt können Sie Ihren eigenen Invictus X8 mit integriertem extragroßem Staubbehälter, dreistufigem HEPA-Filtersystem und Universalbürstenrolle erhalten. Heute für nur 5 kleine Raten an 49,95 Euro. Aber es gibt noch mehr. Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie zusätzlich die Fugendüse für die einfache Reinigung von engen Stellen, die 2-in-1 Kombibürste für feines Staubfischen und das Aufsaugen größerer Verschmutzungen und die praktische Wandhalterung. Sie erhalten in unserem Angebot den Invictus X8. Außerdem erhalten Sie die Fugendüse gratis. Sie erhalten die 2-in-1 Kombibürste gratis. Sowie die praktische Wandhalterung ebenfalls absolut gratis. Noch nicht genug? Rufen Sie jetzt an und Sie erhalten außerdem die motorisierte Mini-Elektrobürste, mit der Sie schnell und einfach Tierhaare aus all Ihren Stoffen und Polstern entfernen können. In einem Wert von 50 Euro. Heute gratis für Sie. Sie zahlen nur eine Gebühr für Service und Verpackung. Sie erhalten das Invictus X8 Set und die motorisierte Mini-Elektrobürste in einem unglaublichen Gesamtwert von 480 Euro. Heute für nur 5 kleine Raten an 49,95 Euro. Aber wir bieten Ihnen noch mehr. Entscheiden Sie sich jetzt für unser unschlagbares Angebot 2. Und Sie erhalten nicht nur das Upgrade auf die X8 Pro Variante mit dem intelligenten Staubsensor, sondern auch weitere Aufsätze wie die 360-Grad-Elektrobürste. Dieses Deluxe-Set enthält all das unglaubliche Zubehör, das Sie in der Show gesehen haben und für Ihre perfekte und mühelose Hausreinigung brauchen. Rufen Sie jetzt an und wählen Sie aus unseren beiden genialen Angeboten. Angebot 1 mit dem Invictus X8 Set und der motorisierten Mini-Elektrobürste oder Angebot 2 mit dem umfangreichen Invictus X8 Pro Deluxe Set. Rufen Sie jetzt an und zahlen Sie risikolos auf Rechnung, per Nachname, Paypal, Amazon Pay und Klarna. Bestellen Sie jetzt und Genius gewährt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Sollten Sie nicht zufrieden sein, schicken Sie Ihren Invictus X8 einfach zurück. Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie online unter www.genius.tv Es gibt so viele Staubsauger zur Auswahl. Wer weiß da schon, was er bekommen wird. Aber mit der Invictus X8 Serie bekommen Sie wirklich alles, was Sie wollen und so viel mehr. Mit dem brandneuen X8 Pro erhalten Sie die volle Leistung, die Sie brauchen. Mit bis zu 400 Watt durch den verbesserten Digitalmotor. Das sind 100.000 Umdrehungen pro Minute, damit wirklich nichts zurückbleibt. Der X8 verfügt über eine motorisierte Elektrobürste mit einer Universalbürstenrolle, die die Haare von den Böden zieht und in den Behälter saugt, ohne dass Sie sich in der Rolle verheddern. Auch die 360-Grad-Bürste hat die praktische Anti-Verhedder-Funktion. Mit dem neuen Elektro-Wischmob erhalten Sie die doppelte Reinigungsleistung und Geschwindigkeit, sodass Sie alle Ihre harten Oberflächen reinigen und polieren können. Sie erledigen zwei Aufgaben auf einmal, sodass Sie in der Hälfte der Zeit fertig sind und mit der Hälfte der Energie. Sie erhalten außerdem brandneue, noch nie dagewesene Aufsätze, wie die 360-Grad-Elektrobürste, mit der Sie die Kontrolle darüber haben, wo die Verschmutzungen zu finden sind. Jede harte Oberfläche, jede Verschmutzung. Der Invictus X8 Pro ist ein hochentwickelter Staubsauger mit einer intelligenten Sensortechnologie, die die Menge an Staub und Schmutz erkennt und Ihnen sofort die benötigte Leistung zur Verfügung stellt. Oder Sie drücken einfach auf das Display, um die gewünschte Saugstärke einzustellen. Niedrig für leichte Verschmutzungen, Mittel für größere Verschmutzungen und Boost für die größten Verschmutzungen. Denken Sie daran, der X8 ist nicht nur ein Bodensauger, sondern auch ein Handsauger. Mit nur einem Klick haben Sie also genug Kraft für alle Unreinheiten in Ihrem Zuhause. Wow! Ob es um Spinnenbeben, Wollmäuse oder das Aufräumen nach der Party geht, der Invictus X8 kümmert sich um alles. Sie erhalten all das Zubehör, das Sie brauchen, wie die extra lange Fugendüse, mit der Sie Verschmutzungen in allen Ritzen und Spalten und in engen Stellen aufsaugen können, die Sie mit anderen Handstaubsaugern einfach nicht erreichen. Und mit dem praktischen LED-Licht können Sie endlich sehen, wo sich die Verschmutzungen verstecken und sie endgültig beseitigen. Wir lieben unsere Haustiere, aber im Handumdrehen sind überall Haare zu sehen. Jetzt haben Sie die Mini-Elektrobürste, um die Tierhaare herauszuziehen, die sich tief im Teppich, in der Couch oder in der Bettwäsche verstecken. Sie reinigt tief und entfernt die Haare und versteckte Hautschuppen, die Sie nicht einmal sehen können. Sehen Sie sich den Unterschied an! Die 2-in-1-Bürste hat eine Soft-Touch-Bürste für die Reinigung empfindlicher Oberflächen, wie Glas, Herdplatten oder Keramik, und einfach einziehen, um verschüttetes Tierfutter, Aquarienkies oder sogar das Kunsthandwerk Ihrer Kinder aufzusaugen. Um schwer zu erreichende Stellen zu reinigen, bietet der Invictus X8 alle Aufsätze, um hoch oben die Bereiche zu reinigen, die Sie bisher nicht erreichen konnten. Und wenn Sie fertig sind, müssen Sie den Schmutz nie wieder anfassen. Stellen Sie ihn dann in die Wandhalterung, die Aufbewahrungsstation oder schließen Sie ihn an. Und er ist immer einsatzbereit. Mein alter Staubsauger machte die Reinigung zu einer lästigen Aufgabe. Ich musste auf eine Leiter steigen. Und ich bin es leid, den alten, schweren Staubsauger die Treppe hoch und runter zu schleppen. Der Invictus X8 ist ein Lebensretter, denn er macht die Reinigung einfacher. Er ist so leicht, dass ich ihn mit nur einer Hand die Treppe hinunter tragen kann. Ich liebe die Aufsätze, mit denen ich oben und unten reinigen kann. Man muss sich nicht mit Kabeln oder schmutzigen Beuteln herumschlagen. Und ich bin überrascht, wie einfach die heutige Technologie die Reinigung macht. Der Invictus X8 ist ein wunderbarer Staubsauger. Ich bin so froh, dass ich einen habe. Das ist kein Part vom Skript. Niemand hat mich gebeten, das zu sagen. Aber nach der Reinigung mit dem X8 Pro war ich einfach überwältigt. Ich habe noch nie einen kabellosen Staubsauger mit so viel Leistung und so einer langen Akkulaufzeit gesehen. Ich liebe die automatische Funktion, mit der ich von einem harten Boden auf einen Teppich wechseln kann. Er saugt ihn nicht auf wie mein alter Staubsauger. Er hat einfach alles für mich verändert. Ich spare so viel Zeit. Ich habe noch nie darum gebeten, außerhalb des Skripts zu sprechen, weil ich ein Produkt wirklich liebe. Ich habe noch nie einen besseren Staubsauger als den X8 Pro gesehen. Deshalb bin ich nicht nur stolz, ihn zu präsentieren, sondern werde ihn auch für immer nutzen. Sie haben schon alles getestet, aber jetzt ist das Zeit für das Beste an beutelloser, kabelloser und grenzenloser Leistung. Es ist an der Zeit, dass Sie Ihren Invictus X8 jetzt bestellen. Wir präsentieren Ihnen die brandneue Invictus X8 Staubsauger-Serie von Genius mit der stärksten Saugleistung aller Invictus Staubsauger und einer noch längeren Akkulaufzeit für grenzenlose, kabellose Reinigungsleistung und das vielseitigste brandneue Zubehör, um praktisch alles zu reinigen, drinnen oder draußen. Der Invictus X8 ist jetzt mit einer intelligenten Sensortechnologie ausgestattet, die den Grad der Staub- und Schmutzbelastung erkennt und sofort die perfekte Saugleistung liefert. Sparen Sie Zeit und Energie und hinterlassen Sie keine Unordnung. Sie erhalten brandneues Zubehör, wie die motorisierte 360-Grad-Hartbodenelektrobürste, die sich in alle Richtungen drehen und schwenken lässt, um mühelos Schmutz auf harten Oberflächen aufzunehmen. Verschwenden Sie keine Zeit mit Staubsaugen und Wischen, wenn Sie mit dem brandneuen motorisierten Elektro-Wischmob gleichzeitig saugen und wischen können. Die neue motorisierte Mini-Elektrobürste entfernt in sekundenschnelle Tierhaare von allen Stoffen, Böden und Möbeln. Der X8 Pro bietet Ihnen 30% mehr Saugkraft als bisher und einen unglaublichen 400-Watt-Digitalmotor, der stark genug ist, um auch die größten Verschmutzungen zu beseitigen. Und der leicht austauschbare Lithium-Ionen-Akku mit verlängerter Lebensdauer hält mit einer einzigen Ladung bis zu 60 Minuten. Andere Staubsauger schieben den Dreck einfach über den Boden, aber nicht der Invictus. Andere Staubsauger fangen die Haare ein und rollen sie um die Walzen herum, sodass sie sich verheddern, aber nicht der Invictus. Andere Staubsauger lassen Schmutz zurück, aber der Invictus hat die Saugkraft, um alles in einem Durchgang zu reinigen. Andere Staubsauger können den Schmutz nur aus einer Richtung aufnehmen, Aber die Invictus 360-Grad-Elektrobürste reinigt in jeder Richtung für eine schnelle und mühelose Reinigung. Der Invictus X8 verfügt über ein verbessertes Luftfiltersystem mit einem dreistufigen HEPA-Filter, der 99,97% der Staub, Pollen und Allergene auffängt. Und wenn Sie fertig sind, entleeren Sie den Behälter mit nur einem Klick, sodass Sie den Dreck nicht anfassen müssen. Und jetzt können Sie Ihren eigenen Invictus X8 mit integriertem extragroßem Staubbehälter, dreistufigem HEPA-Filtersystem und Universalbürstenrolle erhalten. Heute für nur fünf kleine Raten an 49,95 Euro. Aber es gibt noch mehr. Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie zusätzlich die Fugendüse für die einfache Reinigung von engen Stellen, die 2-in-1 Kombibürste für feines Staubfischen und das Aufsaugen größerer Verschmutzungen und die praktische Wandhalterung. Sie erhalten in unserem Angebot den Invictus X8. Außerdem erhalten Sie die Fugendüse gratis. Sie erhalten die 2-in-1 Kombibürste gratis. Sowie die praktische Wandhalterung ebenfalls absolut gratis. Noch nicht genug? Rufen Sie jetzt an und Sie erhalten außerdem die motorisierte Mini-Elektrobürste, mit der Sie schnell und einfach Tierhaare aus all Ihren Stoffen und Polstern entfernen können. In einem Wert von 50 Euro. Heute gratis für Sie. Sie zahlen nur eine Gebühr für Service und Verpackung. Sie erhalten das Invictus X8-Set und die motorisierte Mini-Elektrobürste in einem unglaublichen Gesamtwert von 480 Euro. Heute für nur fünf kleine Raten an 49,95 Euro. Aber wir bieten Ihnen noch mehr. Entscheiden Sie sich jetzt für unser unschlagbares Angebot 2. Und Sie erhalten nicht nur das Upgrade auf die X8 Pro Variante mit dem intelligenten Staubsensor, sondern auch weitere Aufsätze wie die 360-Grad-Elektrobürste. Dieses Deluxe-Set enthält all das unglaubliche Zubehör, das Sie in der Show gesehen haben und für Ihre perfekte und mühelose Hausreinigung brauchen. Rufen Sie jetzt an und wählen Sie aus unseren beiden genialen Angeboten. Angebot 1 mit dem Invictus X8-Set und der motorisierten Mini-Elektrobürste oder Angebot 2 mit dem umfangreichen Invictus X8 Pro Deluxe-Set. Rufen Sie jetzt an und zahlen Sie risikolos auf Rechnung, per Nachname, Paypal, Amazon Pay und Klarna. Bestellen Sie jetzt und Genius gewährt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Sollten Sie nicht zufrieden sein, schicken Sie Ihren Invictus X8 einfach zurück. Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie online unter www.genius.tv Also, wir haben einige andere Staubsauger gesammelt. Und wir machen jetzt einen Kopf-an-Kopf-Vergleich mit dem Invictus X8. Dieser Staubsauger-Roboter kommt gut auf den Boden zurecht, aber er erreicht keine hohen Stellen oder andere Stellen in Ihrem Haus. Aber der Invictus X8 hat all die Aufsätze, die Sie brauchen, um überall zu reinigen, wo es schmutzig ist. Kein anderer Staubsauger bietet Ihnen alles, um überall zu reinigen. Manche Staubsauger-Bürsten kommen nicht ganz mit dem Boden in Berührung. Aber die Invictus X8-Bürstenrolle lässt nichts aus. So können Sie in einem einzigen Durchgang all den Schmutz aufsaugen und sparen Zeit. Die meisten Staubsauger haben keine Bürstenrolle. So schiebt man am Ende nur den Schmutz auf dem Boden herum. Schauen Sie nur, das ist ein Problem. Aber schauen Sie! Selbst der größte Schmutz ist kein Problem für den X8 Pro. Andere Staubsauger können zwar Haare aufsaugen, aber dann bleiben sie direkt an der Bürste hängen und hinterlassen ein verheddertes Chaos. Das passiert Ihnen nicht mit dem Invictus. Denn Genius hat die Bürstenrolle so konstruiert, dass sie die Haare hochzieht und dann direkt in den Behälter saugt, sodass Sie sich nie wieder mit diesen unangenehmen haarigen Rollen herumschlagen müssen. Auch die 360-Grad-Bürste hat die praktische Anti-Verhedder-Funktion. Wenn man an einem großen Projekt arbeitet, braucht man professionelle Werkzeuge, um die Arbeit richtig zu erledigen. Deshalb ist die Invictus X8 Pro Serie perfekt für Profis. Normalerweise braucht ein Reinigungsteam eine Unmenge an Arbeitsgeräten und Reinigungsprodukten. Aber mit dem X8 bekommen Sie all das Zubehör, das Sie brauchen, in einem kompakten Set. Er hat die professionelle Saugkraft, die Sie brauchen und das gesamte Zubehör, um jede Oberfläche zu reinigen. Der Akku hält eine Ewigkeit. Wir können mit einer einzigen Akkuladung die ganze Arbeit erledigen. Nichts bietet Ihnen die Kraft, Vielseitigkeit und Leistung wie der Invictus X8 Pro. Das ist professionelle Reinigung, auf die man sich verlassen kann. In jeder Situation. Wenn Sie sich für einen neuen Staubsauger entscheiden, wollen Sie vor allem eines. Power! Und viele Staubsauger haben Sie nicht. Genau. Und deshalb machen wir folgendes. Wir werden zwei herkömmliche Staubsauger testen. Einer hat ein Kabel, der andere ist kabellos. Und wir testen sie gegen den neuen Invictus X8, um zu sehen, welcher Staubsauger das meiste Wasser am schnellsten durch diese Rohre saugen kann. Es ist ein Wettlauf nach oben. Bist du bereit? Ich bin bereit. Also gut, schalten wir sie ein. Los geht's. Testen wir zuerst den kabellosen Staubsauger. Sie sehen, er funktioniert gar nicht gut. Seine Saugkraft reicht gerade einmal, um das Wasser nur zu 30% im Rohr hochsteigen zu lassen. Jetzt testen wir den Kabelstaubsauger. Er schneidet besser ab als der kabellose Staubsauger, kann aber mit seiner mangelnden Saugkraft das Wasser nur bis zur Hälfte des Rohrs ansaugen. Das ist immer noch nicht die Power, die Sie wirklich brauchen. Jetzt schauen wir mal, wie der X8 abschneidet. Er saugt einfach weiter und weiter. Wow! Bis ganz nach oben. Das sind 100% Leistungsstärke. Und damit ist der X8 der klare Gewinner dieses Wettlaufs. Wow! Sehen Sie sich das an. Das sind 400 Watt Mega-Saugleistung vom Invictus X8 Pro. Wenn Sie also das Beste wollen, vergessen Sie den Rest. Bestellen Sie Ihren Invictus X8 jetzt gleich. So bestellen Sie Ihren. Wir präsentieren Ihnen die brandneue Invictus X8 Staubsauger-Serie von Genius. Mit der stärksten Saugleistung aller Invictus Staubsauger und einer noch längeren Akkulaufzeit für grenzenlose, kabellose Reinigungsleistung. Und das vielseitigste brandneue Zubehör, um praktisch alles zu reinigen. Drinnen oder draußen. Der Invictus X8 ist jetzt mit einer intelligenten Sensortechnologie ausgestattet, die den Grad der Staub- und Schmutzbelastung erkennt und sofort die perfekte Saugleistung liefert. Sparen Sie Zeit und Energie und hinterlassen Sie keine Unordnung. Sie erhalten brandneues Zubehör, wie die motorisierte 360-Grad-Hartboden-Elektrobürste, die sich in alle Richtungen drehen und schwenken lässt, um mühelos Schmutz auf harten Oberflächen aufzunehmen. Verschwenden Sie keine Zeit mit Staubsaugen und Wischen, wenn Sie mit dem brandneuen motorisierten Elektro-Wischmob gleichzeitig saugen und wischen können. Die neue motorisierte Mini-Elektrobürste entfernt in sekundenschnelle Tierhaare von allen Stoffen, Böden und Möbeln. Der X8 Pro bietet Ihnen 30% mehr Saugkraft als bisher und einen unglaublichen 400-Watt-Digitalmotor, der stark genug ist, um auch die größten Verschmutzungen zu beseitigen. Und der leicht austauschbare Lithium-Ionen-Akku mit verlängerter Lebensdauer hält mit einer einzigen Ladung bis zu 60 Minuten. Andere Staubsauger schieben den Dreck einfach über den Boden. Aber nicht der Invictus. Andere Staubsauger fangen die Haare ein und rollen sie um die Walzen herum, sodass sie sich verheddern. Aber nicht der Invictus. Andere Staubsauger lassen Schmutz zurück. Aber der Invictus hat die Saugkraft, um alles in einem Durchgang zu reinigen. Andere Staubsauger können den Schmutz nur aus einer Richtung aufnehmen. Aber die Invictus 360-Grad-Elektrobürste reinigt in jeder Richtung für eine schnelle und mühelose Reinigung. Der Invictus X8 verfügt über ein verbessertes Luftfiltersystem mit einem dreistufigen HEPA-Filter, der 99,97% der Staub, Pollen und Allergene auffängt. Und wenn Sie fertig sind, entleeren Sie den Behälter mit nur einem Klick, sodass Sie den Dreck nicht anfassen müssen. Und jetzt können Sie Ihren eigenen Invictus X8 mit integriertem, extragroßem Staubbehälter, dreistufigem HEPA-Filtersystem und Universalbürstenrolle erhalten. Heute für nur fünf kleine Raten a 49,95 Euro. Aber es gibt noch mehr. Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie zusätzlich die Fugendüse für die einfache Reinigung von engen Stellen, die 2-in-1 Kombibürste für feines Staubwischen und das Aufsaugen größerer Verschmutzungen und die praktische Wandhalterung. Sie erhalten in unserem Angebot den Invictus X8. Außerdem erhalten Sie die Fugendüse gratis. Sie erhalten die 2-in-1 Kombibürste gratis. Sowie die praktische Wandhalterung ebenfalls absolut gratis. Noch nicht genug? Rufen Sie jetzt an und Sie erhalten außerdem die motorisierte Mini-Elektrobürste, mit der Sie schnell und einfach Tierhaare aus all Ihren Stoffen und Polstern entfernen können. In einem Wert von 50 Euro. Heute gratis für Sie. Sie zahlen nur eine Gebühr für Service und Verpackung. Sie erhalten das Invictus X8 Set und die motorisierte Mini-Elektrobürste in einem unglaublichen Gesamtwert von 480 Euro. Heute für nur 5 kleine Raten an 49,95 Euro. Aber wir bieten Ihnen noch mehr. Entscheiden Sie sich jetzt für unser unschlagbares Angebot 2. Und Sie erhalten nicht nur das Upgrade auf die X8 Pro Variante mit dem intelligenten Staubsensor, sondern auch weitere Aufsätze wie die 360-Grad-Elektrobürste. Dieses Deluxe-Set enthält all das unglaubliche Zubehör, das Sie in der Show gesehen haben und für Ihre perfekte und mühelose Hausreinigung brauchen. Rufen Sie jetzt an und wählen Sie aus unseren beiden genialen Angeboten. Angebot 1 mit dem Invictus X8 Set und der motorisierten Mini-Elektrobürste oder Angebot 2 mit dem umfangreichen Invictus X8 Pro Deluxe Set. Rufen Sie jetzt an und zahlen Sie risikolos auf Rechnung, per Nachname, Paypal, Amazon Pay und Klarna. Bestellen Sie jetzt und Genius gewährt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Sollten Sie nicht zufrieden sein, schicken Sie Ihren Invictus X8 einfach zurück. Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie online unter www.genius.tv